Musik 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 Rennen über die Schiene Musik 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 Ich weiß noch wo ich's mir gekauft hatte, ich hab zwei Minuten nur gespielt, hab ich den Bock mehr gehabt. Übelst viel Blut verloren, eine Fresse gefunden, irgendwo in die Wallachei reingerannt. Das ist die Stelle, wo wir mit Jens mal ein Blutglanz im Lager hatten. Halt nur umgebaut, genau hier ist dieser komische Klingefluss. Ne, ich hab echt nur mit ihren Zelten auskacken, ey, ich will Zelte haben. Das war so ne Sache, deswegen müsst ihr hier auch immer eigentlich Norden kommen. Gen Norden. Gen Norden, ja. Das sind hier eigentlich... Nix. Nix ist hier. Oh, blende die Sonne. Ich glaub, da ist auch ein besonderes Gefühl, dass er bei uns echt Traum hat. Demn ich persönlich nicht. Demn ich möchte jetzt nicht gerade ein Feind, den ich schon schon richtig drin haben. Da sieht man aber echt gar nichts. Aber... Oh, ich bin unzigbar gewesen. Mein Rucksack nicht auch ruin? Ja, nice. Dann müssen wir mit dem Rucksack wegwerfen. Oh. Eine Grafik auf hochgestellt. Müsste nicht hier sogar schon das Vieh kommen jetzt? Ich denke, ja. Dann zück ich schon mal die Nosen. Oh, hier kommen wir vielleicht mit so wunderschönen Grafis. Da ist es. Nein, 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 nein. Da ist es dann nicht. Komisch ist... Das ist. Ja, nein, nein... Ein Schuss. Das ist das eine Kontrollung. Das ist das eine Kontrollung. Das ist ein bisschen so eine Kontrollung. Da ist es. hab das Schiff gefunden ja da ist Beresino da ist da ist runterlaufen und nicht sterben ja wenn man eine Hose ist für das Köln Koppel hast du hast an den Backpack die Spieler Dude, stand still and hand up. I don't want to shoot you. But please, take your hands up. Holy shit. Geht hier einfach noch rum? Du hast gerade eingeladen. Guten, bald hier. Ja, direkt vor mir. Also ich stehe hinter ihm. Schade. Alter, das haben wir nicht, keine verrotteten Früchte. Die können wir dir nicht fesseln und verrotteten Früchte. Bist du hinter mir? Ja. Siehst du? Direkt vor mir. Ey. Gut. Press F1 oder F2 Hallo. Du hörst mich? Hallo? Du kannst auch auf der Erde fahren. Was ist mit dem los, Alter? Vielleicht kann ich ihn abwende. F1 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit dem los ist. es ist da wo bist du denn ich sehe es in den Bauch das macht der Typ den Musi mit Absätzen Hello Hello Hey Buddy Hey Buddy was up Ich will jetzt die ganze Zeit hingehen mir scheißegal Halt! Hallo? Hallo? Ja, ist doch eine Falle, oder? Ich hab da einen Schiss hier. Ja. Ja, ich beobachte den mal weiter. Hat er gerade was gesagt? Ne. Ne, ne. Das war nicht. Wenn er was gesagt hat. Hä, war der die ganze Zeit schon da? Oder ist der gerade eingehört? Keine Ahnung. Hast du aber auch verrottete Früchte? Kannst du den mal filmen? Ne, ich hab glaube ich nichts. Könnt ihr ihn höchstens mit Könnt ihr ihn fesseln? Ne, ne. Könnt ihr ihn mit, äh... Cola-Tabletten füttern? Na, ist schon böse. Cola-Tabletten? Ich weiß nicht, was der Typ macht. Ne, ne. Ich geh auf kurz, komm nochmal zu mir. Jetzt soll er nicht töten. Jetzt soll er nicht töten. Das ist ja auch blöd. Ja klar, dann sitzen wir noch hier. Der guckt mal so blöd rum. Der hat's wohl sieben, ne. Ich hab' keine Ahnung. Hey, ich meine, ich bin da dann nicht schuldig. Ja, ich traue dir noch nicht. Aber man bleibt doch nicht so sitzen. Man bleibt doch nicht so sitzen. If you can hear us, right to us. Right to us. Immediately. Ist der hier? Was macht denn der hier? Ist der Coffee gut? Ich will Coffee gut. Ich will Coffee gut. Warte mal. Hallo? Hast du keine Handcuffs, Alter? Dann könnt ihr mir den, äh, ausbrauchen. Nee, hatte nicht. Hat nur die Schöne bekommen. Darf ich ihn exekutieren? Nee, hab nur die Schöne bekommen. Ja, mach ich. Ich hab keine Ahnung, du bist aufgenommen, ne. Du bist den lastig dabei. Okay, dude. Okay, dude. You got ten seconds to answer or do something to us. Don't shoot. Don't shoot. Ten. Ten. Nine. Nine. Eight. Eight. Seven. Seven. Six. Six. Five. Five. Schon freaky. Four. Four. Three. Three. Two. Two. One. One. Okay, good night. Okay, good night. Nicht im Ernst, Alter. Meine Waffe war leer, what the fuck. Echt jetzt? Ja. Jetzt ist es immer so geil. Nein. Ich hab'n Wannschuss abgegeben. Ich hab'n Wannschuss abgegeben. Ich hab'n Wannschuss abgegeben. Ich hab'n Wannschuss. Oh, war ein Fail. Ich kann'n nicht laden. Ich kann'n nicht laden. Entschuldigung. Gut Nacht. Klick. Klick, 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 klick. What in the name of fuck? Warum macht er nichts, ohne dass er nicht wegs? Geil. I retaliate auf was! Run. Run away. Run far away. Run far away. Run far away. Run far away. Run for a while. I'm going to break it. Das ist schon freaky. Das ist schon freaky. Das ist schon freaky. Ich weiß nicht, dass ich den löse. Der schießt nicht. Der macht nix. Der bewegt dich nicht mehr. Der bewegt dich nicht mehr. Ich weiß nicht was das ist. Okay, another five seconds. Five, five. Nee, der macht nix. Da gibt's nicht auf. Ich hab doch schon auf den geschlossen. Das wird sich hingelegt. Das wird sich hingelegt, ja. Ja. So besser, dass wir da sind. Verpackt sei. Verpackt sei. Verpackt sei. Tatsua. 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 Siehe bei mir zu verpackt. Wer nicht mehr oder so? Nee, keine Ahnung. Aber das lustig ist, wenn man auslagt, bleibt man ja irgendwie nah in der Neuen Besitzung. Durchschnitt. Aber doch nicht so lange, oder? Da ist ja eingelogt, der war ja früher nicht mehr. Wenn ich mein Schiff gehe und guck, was ich kein Kampf finde. Ja, mach mal. Nee, ich geh mal. Ich hätte ein bisschen Glück. Kein Name, was jetzt spackne. Wir waren mit einer Waffe, ich leere, ey. es ist nicht geschaffen aber es war richtig 1 ich bin die Götzern Ladehemmung und verletzte Der hat ganz geschrieben. Hallo? Der hat ganz geschrieben. Siehst du das auch gerade? Ja. Ist es der? Hä? Siehst mich wieder den Sirber ab, ja? Hä? Gibt es andere Fett mittlerweile? Nee. Ui, ich geh nie wieder zu diesem Schiff, das wird ja viel zu freaky hier alles. Hallo? Kannst du mich schüren? Ich hab Papier gefunden, wo man eine Nachricht schreibt. Warte mal, wenn du das gelesen hast, und ich auch, du warst aber viel weiter weg, das kann nicht dienen sein. Bei unten im Schiff war ich. Ja, das kann aber kein Direct-Chat mehr sein, oder? Eigentlich nicht. Zumindest wär das voll freaky, wenn das noch Direct-Chat mehr wird. Ich hab viele Simen noch hier, ne? Ja, ja klar. Kannst du den hier ausfinden? Der heißt ja nicht. Nee. Na gut, da doch. Dazu müsst ihr aber schreiben. Was hast du denn eigentlich? Ich hab den Portable Gäste aufgefangen. Ob der ein Könnschissnis ist? Kannst du was machen, oder so? Unknown and Kitty heißt der. Neutl, dass die Ich hab den Portable Gäste aufgefangen. Wie geht? Nee, gibt's nicht. Was? Ja, der gibt's nicht. Was? Du hast 4 feet anbunden, NTT. NTT, 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 NTT. B, NTT, 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 NTT. Wie den gibt's nicht? Hier gibt's nicht. wenn wir jetzt killen, dann stoppt er nicht mehr aus dann weiß ich nicht, vielleicht ist es verpackt, dass er sich gedupet hat, dass er auf einem anderen Server jetzt gerade spielt, genau ich komm jetzt auf jeden Fall abknallen dann gibt's echt nicht was ist denn das? das ist ein preview ich glaub ich find ihr nicht, ah ja, bitte lass das, bitte lass das nicht, lass das ne Jacke sein scheiß Hose wo bin ich jetzt hier? hasse es hier ist das Dreckschiff alle ich bin irgendwo im Rumpf von dem Schiff, aber kann das wieder wo waren wir? ich bin gleich nicht ganz hoch cool nicht ne, ich hatte jetzt mal schon mal gucken, ob ich noch schon was ging, oder? ah ja, legt sich ja auch hin genau, dann knallen ab nee, ich knalle auch die humanity, die es sich gibt du weißt doch, ich bin immer hier, wo ich knacken muss, wenn die Leute am Motor für den Bandschuss hat er sich noch hingelegt, nichts weitergemacht da war echt knapp und kommt vorbei da war echt knapp und kommt vorbei warte mal, jetzt guck mal mal wahrscheinlich hmmm, cool, verbleiblich, oder? hm hm mh würde echt geil sein, wenn du mehr gehen ach, würde echt geil sein, wenn du mehr gehst Mousie, ein P-54 Kompensator lol was, was ist damit? was ist damit? hast du denn? nice ich kann nicht mehr, wenn du hier alles in den Koffern drin hast Alkohol kann ich ihm geben willst du ihm Alkohol geben? was kannst du denn geben? Alkohol oh, hat mich fast hier runtergespuckt, what the fuck na 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 na, weiß ich will nicht ich habe leider nichts gefunden doch, wie kann man nach spielen und suchen Wiener Spielern sucht na, deswegen suchst du es vielleicht Nuller, der ist mein ganzes Alkohol, der hat gesagt das gibt es nicht echt die ganze Flasche ist leer ey, was ist da los? das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht Charcoal-Tabs habe ich nur ja, der hat ja echt den ganzen Alkohol weggebracht ja, wenn du wieder da bist und der macht dir nichts, dann ähm Exekution Übrigens habe ich jetzt eine rote Jacke an ich habe nämlich eine pristine Jacke gefunden mir ist es eigentlich relativ scheißegal, wie ich aussehen halt finde ich auch eine grüne oder so wo ist glaube ich hier wieder so Arschlarm hoch da geht gar nix hier hast du Moonlight das Video gesehen mal, das neueste? ähm wo der auf dem Feld liegt, AFK geht und rausgetappt ist und dann auf dem mal ein Spieler bei dem steht wo der dann halt friendly ist und der dann so sagt ähm äh hat ihn dann so ein bisschen gequaschen hat er so gesagt, ja was machst du so und dann hat er gesagt, na ja ich äh ich äh wollte eigentlich zum zum NWA und dann äh wollte ich zum nach Solnitschnilien Fresh Spawns beglücken also mit seinen der macht das so, der spielt seit Anfang an mit dem Motto, der ist immer, hat sich immer equipt und ist immer nach Solnitschnilien und äh hat dann da einen Trash-Born zum NG gehen ok so, Marina, machen wir das? wir sind nicht ich bin bei euch ich bin bei euch ja aber jetzt hat er einen Knalln halt ab versteht ihn nicht, du kannst ihn gar nicht töten ja die Volver funktioniert nicht bei der Ruin ist es vielleicht, kann das sein? na hast du den nachgeladen oder wie nicht? ja klar manchmal gibt die Moni die Moni kann ich inspec, die Moni ist pristine, da ist nichts aber der Volver hat es zu tun schmeißt du mal hin? warte du hast ja du hast aber keine, das ist keine Anzahl von den Moni warte mal als das war im Wissen später ein der Platz der Führung ist nur ein Schuss das war gerade hier macht die russische Räume zu tun sind schluss und bereichst du bist das was klicken ist die richtige Kammer zu Wort oder es ist das die geht nicht das ist sie wie sie kann sich schätzen das wird begärt es gibt aber das die nehmen wir müssen sie den kann ich die tatsch jetzt kann ich das hier wir können auch genau wir wollen er liegt dann du willst ja nicht spiel sie der hier er trifft es doch mal wegwerfen er ist es sie du fachst oder die abenden weil es wirklich kaputt mit dem auch in your face in Kempel der Bexarie werden der Toderlowein reißerte jetzt die Mosin ja ja wenn sie sich aufnehmen die Grenzen ich musste ja irgendwie mann ich muss mal kurz Prozent Den Schuss muss auf jeden Fall jemand gehört haben. Den Schirr nimm ich mir noch, dann bin ich wenigstens grün jetzt. Den Reiß nimm mir noch mit, ne? Was will denn? Schmeiß ich... Schau, wie das Tier bleibt, ey. So, Reiß hab ich genommen. Loll, guck mal. Was denn? Guck mal an die interne Leiche, guck mal an mich. Warte. Loll. Ich seh es, äh, der... Ich hab ne Musinen in der Reine, oder? Ja. Das ist ja freaky, was ist denn mit dem los, ey? Dann lege ich meine da kurz hin. Obwohl wir eine schwarze haben, ich weiß es nicht. Sie hat alles einzeln reinladen, die ganzen Moni, was? Ja. Ich behalte jetzt einfach, das ist meine Musi. Das steht mein Name auch. Bitte den Rucksack von dem wir gerne haben. Ja. 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 Ich... Mach ich das. Einfach nur umpacken, ne? Der hat ja so viel Crap dabei. Ja. Kann ich jetzt mein Sektor umpacken, oder? Na klar. Das, wenn ich dann mal was passiert bin ich. Ne, das geht's nicht. Ne, das geht's nicht. Ne, wie war denn das? Dein Ruck fährt halt irgendwo ab. Äh, den Roboter habe ich, den Speedloader, Roboter brauche ich noch, den Reiß, wollte ich nur mitnehmen. Du hast den, ich hab den alten Gewäuver reingelegt, ne, bei dem, das musst du jetzt machen. Ja, ich, ich hab, das so, das der Ruin, den kannst du wegschmeißen. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab meinen auch da reingelegt hab, den hab ich jetzt gerade gewechselt. Jetzt hab ich irgendwie gar kein Spiel oder mal, nicht so. Und du hast mir doch deinen, äh, du hast mir doch dein gegeben, äh, du hast mir doch jetzt zwei Stück, deswegen muss ich nicht einmal. Da liegen weg. Oh, Ficken, ich hab's wenig Platz. Schraubenzieher, das macht den Schraubenzieher. Das macht den Schraubenzieher. Okay. So ein Dosenöffner hatte ich noch. Finkelos. Gut, ich hab alles. Ich hatte den Pinkeller gehabt, oder? Ich hatte die. Achso. Ey, hier ist der Alkohol wieder. Der Arme. Talbot Film. Ja. Was kommt die, ich hab die, ich hab das Größewin. Ich hab's nicht, ne? Ich hab's nicht, ne, ne? Dann muss die Skalzen rum. Gut, dann muss ich mich nicht mehr, ne? Also, ich hab alles soweit. Was ist, ne, ne? er hätte noch zu durch die frage Prozent was passiert dass du deine Musik sind dabei die ganze Zeit endlich hier bin ich jetzt ein sie sind hier nicht in meinem das ist ein Rucksack oder sein den Rupperturzungen ich habe es nur noch die Säte ein welchen Fakim ich bin an meinem Tier gewesen Loll wollte er sei jetzt reingelegt ich habe ein wenig die ganze Zeit nicht genug doch nicht hier noch mal in den Witzel wird sich das Kassel er die Bündel vollkommen das hat ein Rucksack mit dem er passt nur ein Gelegenheit er liebt auch ziemlich ich habe noch mehr bei mir dran die erste Beine um das war ein Zerlinberg ist ja auch noch e es ist auch immer wo es in der Welt ist Pristin so hat alles drin er ist ein Beispiel wohl nicht drüben das ist die ich habe im Rucksack Prozent Revolver, Erste-Hilfe-Kit, Saline-Back, Gelb Protector-Case, Ammo-Box und ne Säge so was Wenn ich jetzt hier was rausnehme, fehlt dir's dann? Guck mal, du hast ne... du bist so Thune-Push Nö, hab ich noch da Warte mal, jetzt, immer Thune-Push, und ich hab's Geal Jetzt ist sie weg! Hä, wieso kannst du in mein Geal gehen? Es kommt, pack zusammen den Dreckchen weg Dann schmeiß halt deinen Rucksack mal hin und nimm mal den deinen Rucksack nicht mehr auf Das stimmt's nämlich Wieso denn? Ich hab doch mein Zeug jetzt mehr im Rucksack Ja, aber wenn ich's hier wegnehmen kann Soll ich den jetzt mal heiden? Ne, lock mal aus, lock mal wieder ein Und ich basteln dafür meine... Meine Wasser ist zusammen Meine Wasser ist zusammen Juhuuu Okay So, was hast du jetzt? Dein Rucksack ist alles gut Jetzt ist er jetzt ist er ausgezogen, auch bei mir Aber er hat immer noch alles Loll, hat er die gleiche Musi, wie ich hab' Wir haben alles getübt aus Versehen, ne? Doch, zieh da einfach mal wieder ein Die noch mal wieder ein Das stimmt, bock Und ich nehme nochmal in Verlieben, ich nehme mal was raus, mit Bucks-maap So, dass rausnehmen kann Mit rausnehmen kann Also, nochmals die, die rust Die brüche, die wir aus, auf ... Ah, okay Ich kann sie nicht mehr nehmen Aber wenn ihr ist jetzt so Ich kann doch nix mehr nehmen. Alles gefühlt wie hier. Jetzt ziehle ich weg, keine Ahnung. Echt jetzt? Ja. Schloss mal nochmal aus. Guck mal, momentan habe ich keine Waffen drin, oder? Nee. Was habe ich jetzt? M4. Ich kann das nicht mehr verletzen. Jetzt geht es nicht mehr mit dem M6. Ich kann das nicht mehr mit dem M6. Ich kann das nicht mehr mit dem M6. Ich kann das nicht mehr mit dem M6. Und das ist schon mal. Ich bin jetzt mal... 3 dass ich musste an den Schiff decken die Zwecke der Rucksack noch voll johannes das ist ein scherz-verlieferung in den sonstigen ist der erste spieler dann werden sie den Kopf antwortet nicht Prozent keine Ahnung Prozent und geht zum Schiff auch immer schreibt er an was das habe ich auch nicht verliebt vor dem Thema ich abschießen denn gibt sie das Gierzeichen und